So, jetzt haben wir heute die Tassimo T55 von der Firma Bosch bekommen. Die Tassimo. Ich mache die jetzt mal auf. Ich habe sie ja schon auf der IFA gesehen. Mal gucken, wie das hier ausschaut. So, was haben wir denn hier drin? Das sieht aus wie eine Bedienungsanleitung. Okay. Noch mehr Bedienungsanleitung. Hast du alles drauf? Es gibt einen dritter Wasserfilter mit dabei. TRS 55XX. So, machen wir das hier mal so auf. Was haben wir hier? So, da haben wir die Maschine. Was ist das? Ah ja, der ist das Flitter von Beretta. So sieht das gute Stück aus. Wollen wir mal aufmachen, guck mal. Na, das ist alles ganz neu. So, das ist der Wassertank. Was ist das denn hier? Aha, ein Deckel. Und noch eine Reinigungsanleitung. Jetzt gucken wir mal nach. Okay. Da passt genug Wasser rein. Es ist ja gut, dass wir so ein Wasserfilter hier drin haben. Weil die Wasserqualität ist neben der Qualität vom Kaffee selber entscheidend. Und nicht jeder hat weiches Wasser bei sich zu Hause. Ich denke, das war es eigentlich. Das ist eigentlich eine ganz simple Maschine. Das heißt, simpel zu drehen zumindest. Und das haben wir hier. Aha, da kann man die Abstellfläche einstellen. Je nachdem wie groß das Glas ist. Okay. Ganz leicht herausnehmbar. Alles easy. Okay, dann wollen wir jetzt das mal hier stoppen. Stoppen.